also der live stream ist jetzt an und mehr dabei twitch könnt ihr vorbeischauen wenn ihr wollt ich schreibe es unten in die videobeschreibung ich freue mich schon auf euch und mehr der mafia kommt auch gleich ich weiß nicht wie lange ich streame weiß ich nicht dass ich jetzt noch ein test stream würde ich mal sagen aber sonst läuft es auf jeden fall hier nochmal zeige ich euch nochmal alle freshe und der mafia kommt auch gleich und ich würde mal sagen bis gleich